Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Ohne sie wäre der Mensch nicht lebensfähig, denn Hoffnung sind Schwerkräfte, die uns nach oben ziehen. Man sollte nie aufhören zu hoffen, denn wer nicht hofft, hat schon verloren. Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorgenommene Niederlage. Hoffnung, eine menschliche Illusion, die beides ist. Quelle unserer größten Stärken, einer unserer größten Schwächen. Die Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Sie ist lebenserhaltend für uns Menschen, aber es ist nicht schmerzhafter, wenn sie stirbt. Die Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung. Dennoch gebt eure Hoffnung nie auf, denn Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie ist das, was den Menschen antreibt. Wir hoffen immer und in allen Dingen ist es besser, zu hoffen. Ein einzeln kleines Licht anzuzünden ist besser, als die Dunkelheit zu verfluchen. Also gebe die Hoffnung niemals auf und glaube immer an Dich. Dich. Also gebe die niños, weil sie lustig sind.